Wir sind auf der Polizeiwache. Polizisten kommen und gehen. Ein Mann sitzt auf einer Bank. Er ist 45 Jahre alt. Er ist aufgeregt. Er trägt einen grünen Anzug, ein Hemd und eine gestreifte Krawatte. Kommissar Gandolf öffnet die Tür von seinem Büro. Der Mann steht auf. Herr Kommissar, mein Sohn ist verschwunden. Na sowas. Aber kommen Sie doch rein. Setzen Sie sich. Er setzt sich hinter seinen Schreibtisch. Der Mann setzt sich ihm gegenüber. Also erzählen Sie mal. Ja, mein Sohn ist nicht nach Hause gekommen. Und er ist heute Morgen nicht in die Schule gegangen. Wo kann er bloß sein? Beruhigen Sie sich. Wie alt ist Ihr Sohn? Er ist 15 Jahre alt. Na gut. Kommissar Gandolf nimmt ein Blatt Papier und einen Kugelschreiber. Ihr Name, bitte. Schneider. Hans Schneider. Wo wohnen Sie? Hier in Frankfurt mit meiner Familie. Ihre Adresse? Clemensstraße 3. Sie arbeiten auch in Frankfurt? Ja, ich bin Ingenieur. Gut. Erzählen Sie mir ein bisschen von Ihrem Sohn. Also, heute Morgen. Erich. Erich ist der Vorname von meinem Sohn. Erich ist wie immer zur Schule gegangen. Aber jetzt ist es 6 Uhr abends und er ist immer noch nicht zurück. Normalerweise kommt er freitags um 4 Uhr zurück. Ich habe einen Schulkameraden von Erich angerufen. Er hat mir gesagt, dass mein Sohn nicht in der Schule gewesen ist. Und auch ein anderer Schulkamerad ruft mich an. Er fragt mich, ob Erich krank ist. Ich frage, warum? Er sagt mir, dass Erich nicht in der Schule war. Ich mache mir Sorgen, Herr Kommissar. Beruhigen Sie sich, Herr Schneider. Er ist ausgerissen. Mit 15 Jahren kommt so etwas vor. Nein, er ist nicht ausgerissen. Warum sagen Sie das? Naja, also, ich bin Ingenieur. Ich arbeite an einem geheimen Projekt. Eine ganz ungewöhnliche Maschine. Ja, revolutionär. Jemand will mein Geheimnis. Man hat Erich entführt. Um mich zum Sprechen zu bringen. Es klopft an der Tür. Kommissar Gandolf hebt den Kopf. Ja, herein. Ein Polizeibeamter kommt herein. Entschuldigung, Kommissar. Frau Schneider ist da. Kann sie eintreten? Natürlich. Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Schneider. Ich bin sicher, dass es Erich gut geht. Er steht auf, um Frau Schneider zu begrüßen. Frau Schneider tritt in das Büro ein. Sie geht zu ihrem Mann. Hans, was ist los? Wo ist Erich? Ich habe deine Notiz gefunden und bin sofort gekommen. Kommissar Gandolf weist auf einen Stuhl. Setzen Sie sich, Frau Schneider. Wir werden Erich schon finden. Frau Schneider ist unruhig. Sie schaut ihren Mann an, dann den Kommissar. Kommissar Gandolf sitzt wieder hinter seinem Schreibtisch. Also, erzählen Sie mir von Erich. Wie sieht er aus? Na ja, er ist groß. Ein Meter fünfundsiebzig. Er hat blonde Locken und braune Augen. Trägt er eine Brille? Ja, aber nur zum Lesen und Fernsehen. Haben Sie ein Foto? Ja, warten Sie. Ich habe ein Passfoto von ihm. Sie sucht nervös in ihrer Tasche. Dann gibt sie dem Kommissar das Foto. Da, sehen Sie. Das ist Erich. Ist das ein neues Foto? Ja, ziemlich neu. Jetzt hat Erich lange Haare bis auf die Schultern. Diese langen Haare. Ich habe ihm hundertmal gesagt, er soll zum Friseur gehen. Aber er hört ja nicht auf mich. Was hatte Erich heute Morgen an? Eine alte zerrissene Jeans, wie es jetzt Mode ist. Und einen sehr weiten, roten Pullover. Wieder diese zerrissene Jeans und der alte Pullover. Hat Erich eine Freundin? Eine Freundin? Aber das ist doch lächerlich. Er ist doch noch ein Kind. Er ist erst 15 Jahre alt. Frau Schneider schaut ihren Mann an. Dann Kommissar Gandolf. Sie zögert, bevor sie spricht. Es ist ihr peinlich. Herr Schneider, ich rate Ihnen, nach Hause zu gehen. Erich könnte anrufen. Kommissar Gandolf steht auf, um Herrn Schneider zu verabschieden. Sicher, Sie haben recht. Bis gleich, Schatz. Ich bitte Sie, Herr Kommissar, suchen Sie meinen Sohn. Herr Schneider geht raus. Kommissar Gandolf setzt sich wieder. Also, Erich hat eine Freundin. Na ja, ja, ich glaube. Letzte Woche habe ich einen Brief gefunden. Haben Sie ihn gelesen? Ja, ich bin neugierig. Ich konnte nicht anders. Der Brief ist von einer gewissen Annegret. Hat Erich von ihr erzählt? Nein, und er weiß auch nicht, dass ich den Brief gelesen habe. Verstehen Sie? Ja, natürlich verstehe ich das. Wissen Sie, ob Annegret in Frankfurt lebt? Nein, ich glaube nicht. Sie sagt, dass sie Erich sehen will, dass er ihr fehlt, dass sie ihn liebt. Hat Erich heute Morgen seine Schulbücher eingepackt? Ja, wie jeden Morgen. Also. Kommissar Gandolf steht auf. Gehen Sie nach Hause. Schauen Sie nach, ob Erich Kleider mitgenommen hat. Vielleicht wollte er Annegret besuchen. Ich behalte dieses Foto. Und später komme ich zu Ihnen, um Spuren zu suchen. Einverstanden? Frau Schneider steht auf. Kommissar Gandolf begleitet Sie zur Tür. Machen Sie sich vor allem keine Sorgen. Wir werden Erich bald wiederfinden. Bis gleich. Herr Schneider ist in Erichs Zimmer. Es ist ein typisches Jugendzimmer. Ein Bett, ein Fußball auf dem Boden, ein unordentlicher Schreibtisch, Bücher in einem Bücherregal. An der Wand hängen Poster von Rennfahrern und Rockmusikern. Herr Schneider hat einen Zettel in der Hand. Er ist sehr aufgeregt. Als seine Frau kommt, läuft er zu ihr hin. Endlich bist du da. Guck mal da. Sie haben Erich entführt. Was? Was sagst du denn da? Guck hier, lies das. Er reicht ihr den Zettel. Frau Schneider hat Schwierigkeiten beim Lesen. Sie versucht, die einzelnen Wörter zu entziffern. Kind, retten, das Leben. Aber wo hast du denn diesen Zettel gefunden? Man kann nicht alles lesen. Die Schrift ist verwischt. Ich habe den draußen gefunden. Vor der Haustür. Was? Vor der Haustür? Ja, vor der Haustür. Auf dem Boden. Ganz nass. Der Regen hat die Wörter verwischt. Aber ich bin sicher, das ist eine Lösegeldforderung. Aber das muss gar nichts heißen. Man kann doch nur einige Wörter lesen. Aber denk doch mal nach. Kind, wir haben ihr Kind. Es fehlt die Summe. Die ist ausgewischt. Aber das ist eine Lösegeldforderung. Und guck da. Retten Sie das Leben. Ganz klar, das ist eine Drohung. Wir müssen zahlen, um Erichs Leben zu retten. Ich fahre wieder zum Kommissariat. Er geht zur Tür, aber seine Frau hält ihn zurück. Nein, das hat keinen Zweck. Kommissar Gandolf kommt gleich. Aber ich kann nicht länger warten. Erich ist in Gefahr. Komm, wir gehen in sein Zimmer. Vielleicht finden wir ja doch Spuren. Und beruhige dich. Sonst werde ich auch noch verrückt. Schneiders sind in Erichs Zimmer. Was für eine Unordnung. Herr Schneider nimmt einige Blätter Papier vom Schreibtisch. Er macht die Schublade auf. Mangelhaft? Das ist eine Mathearbeit. Er hat eine Fünf in Mathe und hat mir nichts gesagt. Hans, das ist jetzt nicht so wichtig. Wir müssen jetzt Spuren finden. Guck, da ist sein Stundenplan. Freitags hat er Französisch, Englisch und Geografie. Herr Schneider fährt mit dem Finger über die Bücher. Es fehlt das Englisch und das Mathebuch. Das ist komisch. Und seine Kleider? Guck mal in den Schrank. Frau Schneider öffnet die Schranktür und guckt sich die Kleider an. Kommissar Gandolf kommt. Er ruft laut. Ist da jemand? Herr Schneider! Ach, das sind Sie ja endlich, Herr Kommissar. Kommen Sie rein. Schauen Sie, das ist ganz schrecklich. Eine Lösegeldforderung. Ich habe das vor der Haustür gefunden. Kommissar Gandolf bleibt stehen. Er nimmt das Stück Papier in die Hand. Das ist komisch. Die Schrift ist ganz verwischt. Man kann nur ein paar Wörter entziffern. Fehlt etwas aus Erichs Zimmer? Nein, es fehlt nichts. Kommen Sie und schauen Sie selbst. Kommissar Gandolf geht in Erichs Zimmer und guckt sich um. Na klar. Erich schwärmt für schnelle Autos und Rockmusik. Ja, das ist wahr. Er liest Autozeitschriften. Er schaut sich alle Formel-1-Rennen im Fernsehen an. Er sammelt auch Autogramme von den Piloten. Aber das ist doch gar nicht so wichtig. Man hat ihn entführt. Wir müssen etwas tun. Kommissar Gandolf antwortet nicht. Er schaut sich die Poster an. Eins nach dem anderen. Dann die Bücher im Regal. Er kratzt sich am Kinn. Er schaut wieder den Zettel an. Dann die Fotos. Die Bücher. Das ist ja komisch. Die Tür geht auf. Man hört die Stimme eines jungen Mädchens. Mama, Papa, seid ihr da? Ja, Pauline. Wir sind in Erichs Zimmer. Das Telefon klingelt im Flur. Pauline hebt ab. Hallo? Sehr laut. Nein, warte. Aber es ist zu spät. Pauline spricht schon. Hallo, hallo. Was? Hallo? Wer spricht denn da? Hallo, Erich? Was? Erich? Ich verstehe nichts. Verflixt. Sie legt auf. Herr Schneider und Kommissar Gandolf sind zu ihr gekommen. Also, wer war das? Erich? Erich? Ich weiß nicht. Da hat sich jemand verwählt. Ich habe nichts verstanden. Sie sieht Kommissar Gandolf. Ich habe Lärm gehört. Viel Lärm. Aber was ist denn los? Hast du Erichs Stimme wiedererkannt? Erichs Stimme? Ich weiß nicht. Herr Schneider dreht sich zu Kommissar Gandolf um. Machen Sie doch etwas. Wir müssen handeln. Die Lösegeldforderung und jetzt dieser Anruf. Aber was machen Sie denn da? Er ist sehr aufgeregt. Kommissar Gandolf scheint abwesend zu sein. Er nimmt eine Zeitung, die auf dem Tisch neben dem Telefon liegt und blättert sie durch. Herr Schneider wird wütend. Herr Schneider wird wütend. Was denn? Sie lesen Zeitung? Mein Sohn ist in Gefahr. Man hat ihn entführt. Er ist in Lebensgefahr. Und Sie lesen Zeitung? Machen Sie Ihre Arbeit und suchen Sie ihn. Kommissar Gandolf hebt den Kopf. Ich habe ihn ja vielleicht schon gefunden. Aber was sagen Sie denn da? Sind Sie verrückt? Nein. Sehen Sie, die Lösung könnte da sein. Kommissar Gandolf gibt ihm die Zeitung. Lesen Sie die Schlagzeilen. Herr und Frau Schneider lesen mit lauter Stimme die Schlagzeilen. Banküberfall auf die Deutsche Bank. Formel 1, letzte Trainingsrunden vor dem großen Preis auf dem Hockenheimring. Luciano Pavarotti heute Abend in der Alten Oper. Zugstreik heute Nachmittag. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Wir haben keine Zeit. Kommen Sie. Ich hoffe, ich irre mich nicht. Kommissar Gandolf verlässt die Wohnung. Herr und Frau Schneider folgen ihm. Auch Pauline geht mit. Kann mir vielleicht jemand erklären, was hier los ist? Am Bahnhof. Kommissar Gandolf geht zum Informationsschalter. Die Leute stehen Schlange. Er drängelt sich vor. Frau Schneider bleibt hinten in der Schlange und spricht mit Pauline. Herr Schneider folgt Kommissar Gandolf. Er ist nervös, ungeschickt und fällt über den Koffer. Die Leute protestieren. Aber ich bin vor Ihnen. Vorsicht, mein Koffer. Warten Sie, wie wir alle. Sie haben kein Recht vorzudrängeln. Ich bin genauso in Eile wie Sie. Jetzt bin ich dran. Kommissar Gandolf steht am Schalter und zeigt der Angestellten seinen Dienstausweis. Entschuldigung, Fräulein, aber es ist sehr dringend. Sind Züge aus Hockenheim angekommen? Aus Hockenheim? Nein. Die sind alle ausgefallen wegen Streik. Aber einer ist doch gefahren. Er kommt in zehn Minuten an. Vielen Dank, Fräulein. Auf welchem Gleis kommt der Zug an? Gleis drei. Zu den Leuten, die protestieren. Ich bitte Sie nochmals um Entschuldigung. Vielen Dank. Kommen Sie, wir gehen zum Gleis. Aber erklären Sie mir doch, warum glauben Sie, dass Erich in Hockenheim war? Vielleicht wollte er die Testrunden sehen, die Formel-1-Piloten. Und wegen des Streiks konnte er nicht mehr weg. Aber das ist doch unmöglich. Und die Lösegeldforderung? Richtig. Da ist der Zettel. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich eine Lösegeldforderung ist. Sie ist zu seltsam. Schauen Sie. Kommissar Gandolf zieht den Zettel aus der Tasche. Das ist eine Kinderhandschrift. Und man wirft eine Lösegeldforderung nicht auf den Boden. Das ist lächerlich. Pauline nähert sich, sieht den Zettel und lacht laut. Eine Lösegeldforderung, das? Aber das ist doch ein Zettel für eine Spende in der Schule. Wo haben Sie den denn gefunden? Auf dem Boden, vor der Haustür. Den habe ich sicherlich verloren, als ich heute Morgen aus dem Haus ging. Ich habe 50 Kopien gemacht, um sie in der Schule zu verteilen. Ein Zettel für eine Spende? Ja. Um Geld für die Kinder zu sammeln, die Hunger leiden. Mit 5 Euro kann man das Leben eines Kindes retten. Es ist kaum zu glauben. Gut, jetzt bin ich aber beruhigt. Wir sind auf der richtigen Fährte. Erich ist sicherlich in Hockenheim. Aber das ist doch unglaublich. Aber nein. Erich hat an alles gedacht. Außer an den Zugstreik. Versetzen Sie sich in ihn. Heute Morgen geht er statt zur Schule zum Bahnhof. Und nimmt den Zug nach Hockenheim. Er ist sicher, dass er um 5 wieder zu Hause ist. Aber da ist der Zugstreik. Und er sitzt in Hockenheim fest. Aber warum hat er uns nicht Bescheid gesagt? Er hat angerufen, kurz bevor der Zug abfuhr. Der Lärm am Telefon, das war der Lärm des Zuges. Man hört den Lautsprecher. Der Zug aus Hockenheim fährt nun auf Gleis 3 ein. Kommissar Gandolf, reiht Frau Schneider die Hand. Also, ich gehe jetzt. Ich habe auch einen 15-jährigen Sohn. Er ist zu Hause und wartet auf mich. Heute Abend gehe ich mit ihm zu einem Fußballspiel. Auf Wiedersehen, Frau Schneider. Auf Wiedersehen, Pauline. Du hast mir sehr geholfen. Und viel Glück für deine Spendensammlung. Er reiht Herrn Schneider die Hand. Wiedersehen, Herr Schneider. Seien Sie nicht zu streng mit Erich. Sie waren auch mal 15 Jahre alt. Man hört den Zug einfahren. Kommissar Gandolf geht weg. Erich. Wir sehen, Herr Sch mehr schnaufe. ansen ぶst. Entschzig, Herr Sch Vielen Dank.